Hallo Freunde, da sind wir wieder in einer weiteren Folge Chaos-Mod. Mit dabei ist der Twitch-Chat. Seid gegrüßt, Leute, da unter mir. Wir sind heute unterwegs als Trevor. Ist ein bisschen wolkig. Und wir schauen mal, was der Chat heute so mit mir anstellt. Ich hoffe, sie sind nett zu mir. Das kann man eigentlich theoretisch total vergessen. Das sind sie eigentlich nie. Aber gut. Wir sind hier unterwegs zu Fuß. Und in den letzten Folgen ging es auf jeden Fall heiß her. Wer sie nicht gesehen hat, schaut mal rein. Lohnt sich. Und wir haben auch Werbung gemacht für Twitch. Wo ich auch gerade live bin. Reiflingertv. Wer keinen Account hat, ihr braucht nur eine E-Mail-Adresse. Und dann geht ihr da auf Twitch und erstellt euch einen Account. Das ist total easy. Dann könnt ihr auch mitvoten, mit dabei sein. Und lustige Sachen im Chat schreiben, wie die Leute unter mir gerade. Schön, dass ihr da seid. So, wir schnappen uns ein Auto, würde ich sagen. Mal was Kleines heute. Hallo, ich nehme mal ein schnelles Auto hier, wenn es okay ist für sie. Und ab geht die Waffe. Alter. Okay, raus aus dem Auto. Guck mal so, die Hasen rennen hier weg. Ey, die Hasen. Warum werde ich jetzt gesucht? Ich habe nichts gemacht. Ihr habt zu mir, ihr habt alles zu mir geportet. Und ich werde gejagt. Ey, natürlich. Das ist natürlich wieder genau so, stellt man sich das vor. Gar nichts dafür. Das ist der Chat. Mann, ey. Okay. Ein Stern. Damit komme ich noch zurecht. Ich darf, ich fahre mal lieber ein bisschen Offroad. Um den Korb loszuwerden. Was ist das denn hier? War ich jemals in den GTA schon mal hier? Oh. Habt ihr mich jetzt auf den Boden geraggt, Dolchett? Okay. Da gehe ich mal so lange in die Freecam. Hallo? Freecam. Achso. Danke. Weil ich kann mich nicht bewegen. Dann gucken wir jetzt mal das an, was ich gerade gucken wollte. Welcome to Palete Cove. Ab und Atem. Und hier geht es runter zu... Einfach nur zum Strand. Wie einfach alle am Boden liegen. Oh, sehr gut. Ach, Cheater. Ich habe nur die Freecam angemacht. Hab nicht geteatet. Ich wollte nur mich in der Zwischenzeit, wenn ich da ganz entspannt liege, genauso wie die anderen, einmal ein bisschen umgucken. So, Auto fährt wieder. Wir haben noch einen Stern. Alles gut. Blind Pets. Das bedeutet, die sind alle blind. Dann schauen wir mal, wie die auf der Straße fahren. Eigentlich ganz gut. Dafür, dass die blind sind, oder? Wie machen die das denn? Oh. Ein Moped. Ah, und Polizei, Motorrad. Hallo, ob er es ist. Ja. Ist keiner da, ne? Voll geil. So, mal schauen. Wollen wir noch was Neues hier? Neues Fahrzeug oder so? Hallo. Oh, Low Gravity. Nicht an. Oh, da hat ne Waffe. Da hat ne Waffe. Da hat ne Waffe. Verneuern. Warum denn? Lass mich in Ruhe, du Arsch. Lass... No. 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 Ey, die sind so OP. Motherfucker, ey. Lebt er noch? Ne, ne? Ne, ne? So, wieder her mit meinem Motorrad. Wow. Ich glaube, ab geht es wieder hoch. What the fuck? Was hat er das auch was denn? Warum bin ich da gerade hochgeflogen? Ich will das Motorrad aufheben. Kann ich bitte das Motorrad aufheben? Flippt hat? Das ist ja auch witzig. Jetzt ist alles verkehrt rum. Jetzt unten rechts die Map und der Balken, der blaue Balken, der oben, der geht jetzt von rechts an links. Wie will das das denn? Gut, wir haben unsere Motorrad wieder. Sehr angenehm. Danke, Chat. Sagen wir, schauen wir mal, ob der Tanksteller wird da was finden zum Fahren. Ne, die Karni sind alle nicht so geil. Willi? Wow, so viel zum Willi. Das ist übrigens eine Beleidigung. Er sagt das nie, wenn ihr irgendwen seht, der Spanisch kann. All nie bei Petser fliegen. Oh. Jetzt hauen sie alle vor mir ab. Das ist aber sehr traurig. Oh, tut mir leid, die Dame. Ich würde sagen, wir gucken mal. Gehen Sie mal da weg hier, bitte. Mal hier parken. So, was haben sie davon? Welchen nehmen wir denn? Ich würde sagen, der Silberner sieht geil aus. Sieht beide gut aus. Aber der Silberner gefällt mir besser. Ich bin auch schon ein bisschen blutig. Ja, sieht. Leichte Schmerzen im Rücken, würde ich sagen. Darf man Bits spenden? Leute, ihr könnt alles machen, wenn da auf... Wow, wow. Wenn da aufhören, ihr könnt suben, ihr könnt giften, ihr könnt... What the fuck? Okay, alles klar. Ich verstehe. Die greifen mich an. Da gehört, ich kriege... Ja, willst du jetzt auch noch die Cops oder was hier? Also, es gibt kein... Es gibt kein Verbot, irgendwelche Spenden, Subs oder sonst was raushauen, ja? Das nicht. Das gehört ja auch zur Twitch dazu, muss man dazu sagen. Das kennen ja die meisten Leute auf YouTube gar nicht, deswegen... Könnt euch. Und beim Bits ist ja... Dankeschön. Wollte ich gerade sagen, die Pink Fluffy Unicorn sind ja auch sehr kurz und störend. Vielen herzlichen Dank, Samuel, für die 100 Bits, mein Freund. Dankeschön. Was gab es denn da gerade? Herzchen, oh. Herzchen geht raus. Ich wollte jetzt... Warte mal, warte mal. Okay. Das... Oh, Delayed Camera. Neuer Effekt kenne ich gar nicht. Boah, abgefahren. Sehr abgefahren. Okay, nein. Die Cops. Oh, ich hänge fest. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Die Delayed Camera hängt also hinter mir her. Das ist ja richtig wild. Das ist ja richtig wild. Okay. Kurven. Kurvenfahren ist da sehr... Das ist ein sehr krasser Effekt. Ich bin... Hallo. Ich hänge echt krass hinter meinem Auto, ja. Das ist gut. Ich sollte Deadly Webans bei Chaos hat installieren. Ey, ich sterbe doch oft genug, oder nicht? Kamera, hallo. Boah, das Eddy und sind immer noch da. Die sind immer noch da. Oh, shit. Oh, okay. Okay, okay. Haben wir das jetzt wieder im Griff hier? Die Kamera. Boah, ist gar nicht so leicht, ey. Ist gar nicht so leicht. Okay, okay, okay. Cool, cool. Oh, Jesus. Jesus. Jesus, was machst du denn hier? Mit deiner Waffe. Das tut mir aber leid, ey. Wie konntest du denn jetzt hier einfach... Oh, Jesus, ey. Habe ich gerade die Tür... Wow. Die sind immer noch hinter mir her. Ey, ich habe ganz vergessen, dass diese Gangster immer noch hinter mir herfahren. Ich habe gerade, die Cops hätten die gekillt, oder so. Woosa, Leute. Woosa. Ah, übrigens, wenn ich tot bin, ist es ein guter Zeitpunkt, um Bits zu machen oder Subs, weil wir einfach nur einen schwarzen Bildschirm haben. Den könnt ihr mit ein bisschen aufpeppen. Da ist auch gerne der Hype-Befehl. Dann könnt ihr den gerne machen, ja. Ich mache übrigens mal wieder... Oh, was ist denn jetzt los? Warum sieht das Game so aus? 1 zu 0 für den Chat. Ich glaube, ihr gewinnt immer. What the fuck? Die schießen aber nicht auf mich, oder? Hallo, Panzer. Ey, wie random war das denn gerade? Wie bin ich denn erschrocken? Der hat einfach direkt vor sich geschossen und mich mit in die Luft gejagt. Böser Panzer. Wow, okay, gut. 2 zu 0 für den Chat, würde ich sagen. Ich weiß noch gar nicht, wie kriege ich denn... Guck mal, Chat. Finde ich ultra lustig. Ich frage mich, wie kann ich denn überhaupt Punkte machen? Wie soll ich denn... Wie soll ich Punkte machen? Wie gesagt, vielleicht brauchen wir... Wir können ja so... Hm. Ich muss 100 Leute überfahren. Ah, 100 ist vielleicht ein bisschen viel. 10 oder sowas, damit ich auch einen Punkt kriege. Oh no. Ich hasse Rackdoll. Dreckst Clowns, ey. Oh, da liegt da noch Geld. Money Ren. Money. Oh, Katzen. Katzen. Geld, Katzen und Clowns. Wer kennt das nicht? Und eine Lock-Kamera auch noch. Hey, 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 hey. Ich hab das. Ich hab... Wow, wow. Zu Fuß geht das ja mal gar nicht klar. Der Katzen-Spawn war gerade sehr geil. Er hat Katzen-Spawn. Das ist wild. Und Slammy-Wirkel-Dots haben wir auch noch. Da fällt auch das... Da droppt die Money. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, ich muss einen Adel haben. Oh, diese Rackdoll. Oh, damn it. Also, ich denke mal, mir wird es manchmal leichter fallen, zu überleben. Hätte ich diesen Rackdoll-Effekt nicht an. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich den drin lassen soll oder nicht. Weil sobald mich einer trifft, fängt er an meinen... Ihr seht es an meinem Körper an zu taumeln. Dann bin ich meistens schon tot. Na ja, mal gucken. Ja, 3 zu 0, 3 zu 0. Ja, okay, 3 zu 0. What the fuck? Wuhu. Was war das denn? Habt ihr mich gerade weggekickflippt? Habt ihr es gesehen? Ah, da vorne steht schon mal ein Auto. Das ist schon mal gut. Äh, okay. Äh, die haben... Die Namen hier, ihre Türen sind offen. Haben sie es mitbekommen? Ich helfe ihnen mal, das Auto. Ich mache ihnen ja mal... Ja, steigen sie mal aus, bitte. Was haben sie denn vor? Die Tür ist immer noch offen. Sehen sie? Sehen sie? Habt sie gewarnt. Tür ist offen. Das tut mir wirklich sehr leid, ey. Aber es ist ein bisschen... So kriegen wir wie es frische Luft, würde ich sagen. Ja. Ganz angenehm. Wow. Wow. Quake Field of You ist wild, ey. Aber auch irgendwie geil. Gibt es nicht sogar ein paar Leute da draußen, die so Minecraft spielen? Ich verstehe es ja gar nicht. Wow. Was war das denn gerade? Warum hat es mal eine rechte Tür weggerissen? Man weiß es nicht. Wir geben uns voll Gas über die Autobahn. Ist mir gerade völlig egal. Das sieht auch aber witzig aus, muss ich sagen. So, da vorne fahren wir mal den Berg hoch. Let's go. Oh no. Ich habe mich in den Berg gefahren. Wild. Ich kann sogar die Kamera drehen, merke ich gerade. Oh, endlich wieder. Every... Everyone is bloody. Mal gucken, wie ich aus... Wow. Alter Schwede. Holy shit. Ich habe... Ich habe so ein Gore-Mod installiert, wie man vielleicht sieht. Das sieht auf jeden Fall brutal aus. Ich glaube, es wird nur Zeit, einen Truck zu fahren. Oh nein, 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 nein. Nicht, dass er... Okay, dachte schon, er kriegt mich. So, dann fahren wir uns den Truck, Leute. Lange nicht mehr gemacht. Die Trucks finde ich auch sehr, sehr geil. Solche Trucks, wo der Motor unter der Fahrerkabine liegt, gibt es da eher in Europa. Ich habe vor kurzem übrigens gelesen, warum das so ist. Weil es eine maximale Länge gibt, der LKWs. Und in den USA sind die Gesetze halt nicht so scharf. Deswegen können die auch diese Langtrucks fahren. Was macht der da rechts von mir? Was ist los mit dir oder was hier? Das ist ein Problem. Oh, die jagen mich alle. Die sind alle rot, sie haben die Punkte unten links. Die finden das nicht so geil. Oh, All Pets Attack Player. Ah, deswegen. Nein. Du kommst ja nicht durch. Mal gucken, dass ich die mal abdränge. Warte, soll ich einfach mal rückwärts fahren? Naja, funktioniert ganz gut. Ja, solange ich in dem LKW sitze, glaube ich, habe ich da ganz gute Karten. Habe ich in die Stadt fahren? Ja, ich fahre immer in die Stadt. Alles gut, mache ich. Ab in die Richtung City. Innocence ist legal. Hat jemand im Chat eine Ahnung, wie man das übersetzen kann? Innocence ist die Unschuld. Das ist illegal. Ach so. Ach so. Ich habe keine Sterne und das ist illegal. Deswegen habe ich jetzt viele Sterne oder was. Willst du mich verarschen? Das heißt, ich muss was Illegales tun, um die Stein los zu werden. Sehe ich das so richtig? So würde ich das mal interpretieren. Und erst mal einen Massencrash bauen. Oh, wie wäre es denn, wenn wir kurz zum Militär gefahren? Die Freunde haben sich bestimmt auch übergesucht. Don't hold right. Ich hasse Simon Says. Oh. Ey, ich bin so erschrocken. Ich bin so erschrocken. Ich habe doch nicht, ich habe noch nicht mal rechts gedrückt. Unschuld ist illegal. Ja, doch. Habe ich mir gedacht, ey. Verdammt normal, ey. Wo spawne ich denn jetzt? In der Stadt oder wieder hier? Nur auf Denken. Mal schauen, welches Krankenhaus wir heute auswählen. Ja, wie viele Tod war das? 4 zu 0 schon? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der letzte heute, Leute. Der letzte. Ja, das finde ich nicht gut. Doch, doch. Ich finde das nicht gut. Aber das finde ich nicht gut. Hold right? Okay. Sonst gehe ich gleich drauf. Ich muss rechts drücken. Habe ich das erste Mal Simon Says überlebt? Wow. Ich drücke aber nicht mehr rechts jetzt. Wow. Wilde Kamera. Ich meine, es ist irgendwie ganz geil so. Aber irgendwie auch echt krank. Okay, wir laufen aber mal los. Also mit den Kameraeffekten haben sie es auf jeden Fall. Äh. Guck mal, da liegt Jesus. Jesus? Jesus, das ist gut bei dir. Ja, Entschuldigung. Ich bin über Jesus gelaufen. Okay, cool. Ich bin wieder normal. Ich sehe wieder was. Augen auf. Da vorne kommt ein Auto. Alter. Don't hold right heißt nicht rechts drücken. Das ist richtig. Explosive Pads. Oh, 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 oh. Autsch. Aber danach kam Hold right. Explosive Pads ist lustig. Voll die fette Karre hier, oder? Ewig lang das Teil. Oh, da vorne sind zwei Traktoren. Warum auch immer. Tartor Party. Gut, wir fahren mal wieder aus der Stadt raus. Zumindest versuche ich das mal. Oh, was jetzt? Oh no. Ich sitze in meinem Auto und hab die Hände hoch. Deswegen bin ich kalt in den Baum gefahren. Okay. Hör doch mal auf, alle mich anzurufen. Ganz ehrlich, solche fetten Karten wie dieser hier. Wer braucht denn solche Autos? Ich hab einen Stern. Das hält mir dann wohl noch aus. Ich würde sagen, oh yes. Ein Parkplatz voller Autos. Das ist schon mal gut. Die Waffen nehmen wir weg. Ich will ja nicht so aggressiv auftreten. Und der steht, oh, hier sind aber viele von denen. Das ist eine Corvette, Firebird. Wie heißen die? Oh, bin ich erschrocken schon wieder, ey. Oh. Gut, jetzt haben wir da. Keiner davon hat eine Reifen, ey. Ja. Schnitter Party. Ich hätte vielleicht jetzt eine Karre nehmen sollen, die nicht so viel powert. Ist auch Hackantrieb. Ja, ja, ja. Der hat Reifen, oder was, der Arsch? Lass mich verarschen. Ich hab keine, der hat welche. Ja, entspannt euch. Alles gut. Das ist wie auf Eis hier, ey. Wow, 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 wow. Das wird eine tolle Verfolgung. Ja, nein, ich kann nicht. Da geht nicht viel Leute mit Flüchten. Oh, 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 oh. Haben wir gedreht, okay. Zum Pontiac Firebird, danke schön. Hey, krieg ich Brom an, das Auto, Leute. Das ist ja. Hallo. No, 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 nicht schon wieder Rektorin. Nicht schon wieder Rektorin. Runter, da, runter, da, runter, da, runter, da. Fallschirm, Fallschirm, Fallschirm. Netzfall. Boah, Alter, war das knapp, ey. Tja. Bleibt bloß ruhig hier vorne. Bloß in die Cops rufen, sonst gibt's, sonst gibt's auf die Fresse, ey. Puh, das war knapp, Leute, ey. Was zur Hölle? Regnet's Autos? Es regnet Autos. Was für Karren sind das denn bitte hier? Was ist das denn für Zeug hier? Ey, ist der Mega-Party-Bus hier, oder was? Ich glaube, das Game kommt auch nicht so wirklich klar mit den ganzen Fahrzeugen. Holy shit. What the hell? Alter. Oh no. Ey, cool, Mann. Oh nein, ihr habt Get Roasted genommen, wie geil ist das denn? Also Get Roasted, holy shit, das ist eine Riesentransportmaschine. Get Roasted heißt ja so viel wie, das hat mich die ganze Zeit beleidigt, ne? Das ist auf jeden Fall cool, Mann. Danke. Ah, shit, da komme ich nicht hoch. Aber danke für die Karre, Leute, die ist cool. Ich meine, Get Roasted habt ihr bestimmt gedacht, ich werde flambiert, oder? Ciao. Danke für die Beleidigung. Jetzt sag mal, komme ich überhaupt irgendwo hoch? Oh no. Jetzt, wo ich einen Berg hochfahren will, habe ich die GT2-Optik von oben. Sehr gut. Da habe ich überhaupt keine Ahnung, wo ich langfahren muss. Ich fahre auf jeden Fall wieder zurück. Ich probiere mal bestens, Leute. So, ist eine schöne Tour am Strand. Oh, ja genau, das Flugzeug steht noch da, sehr gut. Dann fahren wir einmal außen rum. Ich denke mal, dass wir da hinten auf jeden Fall irgendwo wieder hochkommen. Wenn ich mal wieder sehen will, wo ich langfahre. Vielen Dank. Okay, sehr gut. Oh, ich kann doch schießen mit dem Ding. Sehr geil. Dann haben wir die sagen, schieß mal. Acht, Leute. What the hell? So ein Fake-Teleport? Okay, cool. Cool. Danke. Ich wusste nicht, dass es ein Fake-Teleport gibt. Hört mich einmal irgendwas hier mit dem Ding hier? Wo sind die Cops, wenn man sie braucht? Sind es so komisch, den Laser? Die machen... Ah, okay. Die haben mich nicht... Die wollten mich gerade beschweren, dass die kacke sind. Dann sagen wir mal zur Polizei da um. Jumpy Props ist ja geil. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ein sehr witziger Effekt, oder? Wie geil ist das denn? Oh, cool. Komm, wir sind ja die auf der Parkbank da. Schaut euch mal die Jungs hier an. Okay, das ist gut. Das ist wirklich gut. Champion Props, guter Effekt, man. Ich werde schnell zurück in meine Karre, bevor die Kosten hier wischen. Ach. Könnte ich dir gegenfahren? Holy shit, was? Holy shit. Alter Schwede. Holy shit. Erkennt ihr, was da los ist? Ich habe meinen eigenen... Holy shit. Ich ziehe einfach alles an wie ein Planeten. Holy shit. Das ist ja wild. Oh, oh, oh. Okay, Leute. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da und schaut auf Twitch vorbei. ReiflängerTV. Dankeschön, Chat. Ihr seid die coolsten. Habt mich sehr gefreut. Und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich. Peace out. Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Discords? Aber mit über 3000 Mitgliedern? Supergeile Kategorien. Richtig viel los. Kommt vorbei. Link hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.